Es geht, sie haben es gefixt. Ich kann endlich mit Controller spielen. Das heißt allerdings für uns, dass ich jetzt erstmal verkacken werde, weil ich die Steuerung für einen Controller nicht kenne, wäre ich jetzt das erste Mal, dass ich mit Controller spiele. Ah, okay. Das. Weil anfangs, das war nämlich, uh, das war nämlich das Problem. Ich konnte mir nicht, mir, mich nicht bewegen. Okay, analogsick. Huch. Nein. Wirst du einmal? Nee, darüber musst du unten bleiben. Ist das blöd? Ist das blöd? Ist das blöd? Ist das blöd? Ich hab's nicht mehr was. nicht weg ich war aber den rahmen hier weg noch einmal den rahmen weg dann haben wir ausnahmsweise einfach mal kein rahmen bin ich und einfach hier unten hin sollte ja auch okay jetzt weder natürlich info das ding hier wird für youtube aufgenommen also in den sprachsequenzen keiner lürzt bitte einfach um die stimmung nicht ruinieren sozusagen machen wenn es euch zu laut oder zu leid ist dann sagt das bitte und auch jetzt noch mal wenn die alert spielt müsst ihr sie wahrscheinlich selber extrem laut machen weil ich kann über obs kann ich leider nicht lauter machen sonst werdet ihr angeschrien das alert sind bei tels leider relativ leise kann noch mal gucken ob ich vielleicht hinkriege das so so zu machen sind die alerts ein bisschen lauter wie gesagt ich weiß nicht ob es so geht wir gucken einfach mal so aber dann schauen wir mal was hier einfach ist wie gesagt es könnte sein dass die kämpfe jetzt etwas sehr holprig werden dadurch dass ich das erste mal jetzt mit controller spiele ich bin aber ganz dankbar für dass das jetzt endlich geht das macht mir nämlich die sache etwas einfacher ich bin aber so ich bin ich bin ... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, verschlossen. War ja fast klar. Verschlossen. Verschlossen. Ah, da kommen wir rein. Was zum... Ist es ihm wirklich gelungen, diese Barriere im Palast einzusetzen? Dazu heißt es wohl, dass wir auf der richtigen Spur sind, ihn zu finden. Können wir die irgendwie loswerden? Wenn ich mich recht erinnere, gibt es irgendwo einen Auslösermechanismus. Ich würde vermuten, in seinem persönlichen Büro. Okay. Das Büro ist hier. Ja. 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 Damit springe ich. Ah, und damit greife ich noch mal an. Okay. nett also ich werde jetzt einiges wieder herausfinden was ich vorher nicht wusste einiges einiges hi ok den innerer kann ich jetzt leider nicht abblocken die 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 Geh! 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 Also die Kontrollverspörung, da muss ich mich echt an gewöhnen. So, Schlüssel haben wir. Adelzimmer-Schlüssel. Dann einmal hier lang. Dann müssten wir hier rein, glaube ich. Nee, vermisst du. Ich weiß nicht, was ich damals mal einsetze. Ich weiß nicht. Ja! der zimmer flüsse verwenden ihr gehört hier nicht her okay hier gibt es offenbar nicht zu finden das war wohl ein schuss in den ofen irgendwelche anderen ideen wo wir schauen könnten wenn es nicht in seinem büro ist würde ich meinen den baracken oder vielleicht sogar konferenzraum nachsehen alles klar versuchen wir uns mal und suchen wir mal an den beiden stellen vielleicht haben wir glück okay wir haben safran gefunden nett konferenzraum baracken so einmal weg hier das ist ja 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 so hier müssen jetzt gleich die baracken sein muss ja noch mal auf die karte ich habe nur angst dass wir gleich hier wieder so eine mega bosskampf haben ich habe nämlich nichts okay das kann ich selber noch nicht jetzt haben wir mich noch nicht gesehen meine ich oder ich erinnere mich nicht das kann natürlich auch sein war okay jetzt hier rein aber ganz schön fragen sind hier keine aber hier sind welche ich meine heil nicht so viel bitte tu es einfach nicht heil einfach nicht so viel aber immerhin haben wir jetzt ein bisschen geld wir könnten uns zumindest bald mal items kaufen das wird auf die ränder gekritzelt meine kameraden sobald ihr den palast besetzt habt lasst sofort die barriere hoch ihr wisst in welchem raum mit ihren auslöser mechanismus findet bringt den schlüssel in den raum zurück und legt ihn wieder in den schrank sagt er doch nicht weg herum und direkt wieder gegner ja du und dein Firmwerfer geht woanders mit mir ist zwar kalt aber nicht so kalt und los steigen bald auf wir versuchen hier so viele kämpfe wie möglich mitzukriegen ich habe manchmal das gefühl dass wir einfach zu unterlevel sind für manche bosse richtig levin hier kommt ja auch gar nicht so möglich ist ich muss nicht wenn man nicht aus der Stadt rauskommt das war cool das können wir auch noch nicht konferenz raum Hi. Warte. Einmal kurz was für Trinkengang gießen. Nein, nichts habe ich. Wir gehen alles geben. Um uns zu konzentrieren. Gemäßigt. Oh, sei, müssen wir uns nicht konzentrieren gerade. Was haben wir hier? Äh, da ist was auf die Ränder gekritzelt. Meine Kameraden, im Notfall müsst ihr die Barriere öffnen und Unterstützung leisten. Ihr wisst, in welchem Raum sich die Auslösungsmechanismen befinden. Vergesst nicht, den Schlüssel aus dem Büro zu holen. Gehen wir nochmal zum Büro zurück, oder wie? Gehen wir doch mal zum Büro. 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 Autsch. Denke. Ah, so kurz davor. Manu. Egal. Aber wieder da rein. Sieht aus wie ein Schrank zur Aufbauung von Schlüsseln. Die Mächen ist los. Okay. Mächen ist los. Die Mächen sind los. Sieht aus wie ein Schrank. Jetzt bin ich. So, einmal. Ich hab bis jetzt noch keine Ahnung, wie ich das auslöse. Naja, 23. Alfa und Kisara steigen auch gleich auf. Wird man eigentlich jetzt vielleicht nach dem Kampf aufsteigen? Lappst du jetzt mal bitte hier an der Aufrucksstelle? So. Na? Steigt er auf? Nein! Auch wieder so kurz davor. Okay, Orang und Gelie haben wir halt so wenig. Ich muss mal gucken, ob wir gleich vielleicht nochmal raus können. Okay, warte mal. Ich ahne, fürchterlich ist. Ich gucke mal, ob wir kurz raus können. Schatz? Okay, verschlossen. Schade. Eingang zum Platz. Kann ich da nicht einfach runterspringen? Was ich nicht so schnell, was ich nicht? Oh, was ich nicht so schnell? Ich hab mir nicht so schnell. Es ist echt so schnell! Ich habe mir nicht so schnell und nicht so schnell, was ich zuerst nicht so schnell? Es ist ein sehr tolles, was ich nicht so schnell? runter und gucken ob ich rauskomme weil wir haben jetzt eigentlich relativ viel geld würde ich einfach mal sagen nicht dass wir gleich wieder im boss kam zu sind und ich da wieder halt drauf gehe ich gehe es gut ich kann nicht versprechen dass ich alles weiß aber bitte fragt mich wenn ihr was wissen wollt ok und hier drin los kaufen ich hoffe hoffen 13 erworben waffen und so weiter kann ich hier nicht erwerben aber pass ein teiler ich glaube dass ich voll aus altem als einer jahre Das ist aber nichts, was ich ausrüsten kann, oder? Nee Okay. Nichts, was man anziehen kann. Das ist gut. Dann kann ich jetzt einmal zurück. Jetzt fühle ich mich sicher. Ja gut, jetzt auch nicht so wirklich, aber sicherer als... Jetzt hätten wir gar nichts. Ich habe eben halt nur das Geld gesehen, wie viel wir haben. Was gut ist, dass wir da keine Waffen kaufen konnten. Was ist mit alles? Was ist mit alles? Freude die Musikkonzertstücke für Quartette. Gewöße Mützungen aus Büchern über hochrangige akademische Fächer, Feinkost, Kuriositäten und mehr. Begibt Einblicke in den Charakter des Besitzers. Seiten-Party-Türen, die zu Tränen rühren. Ja. Unbekannte Instrumente werden ausgestellt, du darfst sie nicht berühren. Ist das ein unbekanntes Instrument? Von der Geige. Okay. Na ja. Gilt wohl als unbekanntes Instrument. Well. So. So. Sag mal kurz. Nein. Hier hin. Ich habe Angst. Ich will nicht so reingehen. Weil dein Arsch vollkriegen. Es geht sie an den Kragen. Es geht sie an den Kragen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie du sprichst. Also es ist nicht wirklich bist. Aber du hast ihn, Kjelzarek. Kjell-Zalek Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danke. Autschi, 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 Autsch. Wir kriegen auf die Fresse, wir kriegen auf die Fresse. Äh, warte mal. Wir gehen entgegen, na geben alles. Wir versuchen's mal. Hallo Hybrid! Und ja, man kann das auch anonym machen. Okay, ich glaub das ist die falsche Taktik. Könntest du heilen? Das wär super. Bitte tue was. Danke. Okay. Ich hoffe es geht ja gut, Hybrid. Du kommst genau rechtzeitig zum Bosskampf. An dem wir sterben werden. Also bei mir ja, noch. Je nachdem ob ich den Bosskampf überlebe. Das Gute ist, ich hab diesmal Items. Und das nicht zu knapp. Ich hab das nicht zu knapp. Diesmal bin ich sehr gut vorbereitet. Ob es reicht, das wissen wir erst, wenn wir es geschafft haben. Oh, ich hasse Gegner, die Gift machen. Das ist scheiße. Weißt du das? Das ist ganz blödes Biss-Kack-Ding. Okay, nächste Phase. Nächste Phase. Wie viel haben wir noch? Okay. Die Gun Breaker Lady von dem Paar, das muss das klappen. Sag das nicht. Sag das nicht. Geht sofort weiter. Mal ganz kurz. Okay. Müsst ihr Gelskatz frisches antworten. Das geht grad vor. So. Gelskatz war da. Also jetzt, wo wir mehr Items haben, die die Leute halt auch benutzen können, seh ich dem sogar ganz positiv bei entgegen. Aber diese Bosskämpfer sind halt echt mega hart. Alter. Weg. Einfach nur weg. Naja. Ihr kleine Killerbeen. Hau ab. Könntest du mich heilen? Ist ja super. Heilen. Warte mal. Warte mal. Rinnwe ist tot. ich wüsste halt gern mal müsste ich jetzt nicht ja jetzt habe ich sie mit dran nur für den fall dass ich vielleicht doch auch heilen kann ich weiß es ja nicht ich bin ich kann doch noch ein paar schütze Okay, wir haben ihn gleich. Wenn er jetzt nicht noch irgendeine Scheiße fabriziert. Genau die Scheiße meine ich. In die Mitte, in die Mitte. Ja, du mit deinem Gift weg. Versteh ich einfach. Ich wollte gerade sagen, kann mich überfallen? Aus da, aus da, aus da. Kann ich gerade nicht nachgucken? Okay. Okay, nur nicht viel verbraucht. Okay, Saras tot. Wieder beleben. Kode können wir jetzt nicht gebrauchen. Ja. Nein, 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 nein. Das ist alles. Das war's. Ja, ja, mir geht es. aber noch umlaufen und Das ist das, was ich? Naara, was du willst? Was hast du gesehen? Hast du dich nicht gesehen? Ich glaube. Aber es gibt noch andere. Es gibt noch andere? Das ist... Das war's. Ja. Die lassen sie laufen. Und du fühlst mich nicht, wie du fühlst, wenn du hier kopf gehst. Gut, stop, Katzen! Und jetzt ist es, dass sie sich mit der Kraft zu retten. Es ist kein Geheimnis. Aber es ist alles, dass sie sich selbst. Es ist kein Geheimnis. Woher? Das war's für mich. Den Text möchte ich etwas höher schieben. Den Text höher schieben. Den Text höher schieben. Den Text höher schieben. Wenn wir mit uns zusammenarbeiten, dann können wir mit uns zusammenarbeiten. Was? Wir sind für Dana zu retten, um zu retten zu retten. Du solltest das Land zu retten. Wenn wir das gleiche tun, dann müssen wir mit uns zusammenarbeiten. Entschuldigung? Dana und Dana sind mit uns zusammenarbeiten? Das ist interessant. Ich weiß nicht, was ich sagen. Aber... Wenn du jemanden gebetet hast, dann ist es eine Ehreinheit, oder? Es ist ein Schweres. Hey! Kisara ist nicht so. Wo ist es? Es ist ein Schweres. Das war's für mich. Hallo, Dera und Bibi Iron. Ich muss einmal... Ich muss einmal den Text entweder ausschalten oder einmal umdienzeln. Ich habe Wochenende. Oje. Bis zum Wochenende dauert es noch. Ich muss einmal den Text entweder ausschalten oder einmal umdienzeln. Ich muss einmal den Text entweder ausschalten oder einmal umdienzeln. Wenn man sich nicht nur über und durch die Werte, immer wenn man sich nicht mehr so ist, wie man sich selbst vorstellen kann, wird man sich nicht mehr an den Augen. Aber wenn man sich nicht mehr an den Augen zu finden, wird man sich nicht mehr an den Augen. Untertitelung des ZDF, 2020